Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Drinbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Freunde, heute habe ich ein gutes Thema und wie immer ein interessantes Thema. Denn es geht um den echten, ehrlichen Hunger. Ganz viele Menschen haben gerade im Anfangsstadium, wenn sie umstellen von Fastfood, von industrialisierter Ernährung, von Dingen, die man nicht essen sollte, von der Weißwurst über die Butterbrezel, über das Butterhörnchen, über das Croissant, was nicht so besonders wertvoll ist. In dieser Umstellungsphase, in der ersten Phase, haben ganz viele Coaches das Problem, schmeckt mir nicht. Schmeckt mir das Gemüse, schmeckt mir das Obst, schmeckt mir nicht so richtig. Das Vollkornbrot schmeckt mir nicht so richtig und die Nudeln schmecken nicht so gut, das sind Vollkornnudeln. Und der Wildreis, der Naturreis schmeckt nicht so gut. Also gerade am Anfangsstadium des Umstellungsprozesses haben ganz viele das Problem, dass sie mit dem Geschmack ein Problem haben. An was liegt das denn eigentlich? Das ist relativ einfach. Und zwar, schaut mal, in der Regel liegt es daran, dass unsere Geschmacksnerven, nicht end, sondern industrialisiert sind. Das bedeutet, alles was wir gegessen haben, alles was wir im Vorfeld gegessen haben, hat natürlich ein gewisses Geschmackserlebnis. Die Industrie weiß natürlich ganz genau, wie sie ihre Sachen verkaufen muss und deswegen sind viele industrialisierte Lebensmittel, abgepackte Lebensmittel, Fasten und so weiter, geschmackstechnisch so kompensiert, so kompensiert, komponiert, dass da ein gewisses Geschmackserlebnis entsteht. Und dieses Geschmackserlebnis hinterlässt im Gehirn einen Marker, das ist gut, das mag ich, das finde ich besonders geil. Und natürlich ist es so gemacht, dass dieses Geschmackserlebnis eine gewisse Verbindung gibt, ein gewisses Wohlfühlen im Gehirn gibt und das sagen wir uns dann, ja, das möchte ich immer wieder erleben, das möchte ich immer wieder haben. Natürlich ist es Absicht, logischerweise ist das Absicht. Die wollen ja, dass ihre Sachen häufigst verkauft werden, dass man immer wieder das Gleiche kauft. Und wenn die oder wenn unsere Geschmacksnerven noch industrialisiert sind, dann bewerten unsere Geschmacksnerven alles, was wir essen, nach dem süßesten, nach dem sauersten und nach dem würzigsten. Das ist unser Benchmark. Und anhand von der Benchmark sagt dann unser Gehirn, schmeckt oder schmeckt nicht. Und wenn wir jetzt natürlich ein sehr würziges Essverhalten gehabt haben, ein sehr süßlastiges Essverhalten, dann sind die Geschmacksnerven, was die Eichung anbringt, ganz da oben. Und jetzt brauchen die erstmal ein bisschen Zeit, um wieder normal zu werden, um wieder entindustrialisiert zu werden, neutralisiert zu werden. Und dieser Zeitfaktor geht zwischen 1, 2 und 3 Wochen. Und wenn dann unsere Geschmacksnerven wieder neutralisiert sind, dann schmecken natürlich auch viele gesunde Sachen wieder wunderbar. Das ist die Nummer 1. Also Geschmacksnerven, die letztendlich erstmal entindustrialisiert werden sollten, müssen. Denn erst dann werden uns Dinge, die von Natur aus draußen auf dem Baum wachsen oder aus dem Boden kommen, wieder schmecken, ohne dass wir Soße, Mayonnaise, Ketchup oder sonst irgendwas drüber schütten müssen. Das ist die Nummer 1. Und die Nummer 2 ist der ehrliche Hunger. Der ehrliche Hunger lässt Menschen gesunde Sachen essen. Schaut mal, wenn wir jetzt, wir machen jetzt den Namen, wir wären jetzt in der Wüste. Wir wären in der Wüste und hätten nichts zu essen. Nichts, nada, gar nichts, okay? Und das eine Woche lang. Wir würden nur von Wasser leben. Und dann kommen wir aus der Wüste raus und da stehen dann Töpfchen mit Blumenkohl, Brokkoli, Spinat, Gurke. Also alles Dinge, Vollkornbrot, also ganz trockenes, ursprüngliches, kräftiges, gesundes Vollkornbrot. Und Naturreis, Wildreis. So richtig geschmacksstark, aber naturell geschmacksstark. Und wir kommen aus der Wüste. Und vorher wollten wir niemals in unserem Leben Spinat essen. Niemals in unserem Leben Blumenkohl, Brokkoli, wollen wir nicht. Rosenkohl, Pfui Teufel. Vollkornbrot, bäh, mag ich nicht. Wildreis, brrrr, lieber Basmati-Reis, das schmeckt süßig, oder Jasmin-Reis. Vollkornudel, bäh, lieber die fein italienischen Nudeln. Und wir kommen aus der Wüste raus. Und da stehen diese Sachen. Die dürfen sogar noch trocken sein. Die dürfen sogar schon ein bisschen alt sein. Die dürfen schon trocken sein. Nudeln sind schon trocken, haben wir extra so gemacht. Und was passiert? Der Mensch, der da steht, der wird diese Dinge in sich reinschlingen. Mit einem Genuss. Die Augen werden immer größer werden. Die Mundwinke nach oben. Die Körpersprache sagt, bah, ist das geil. Bah, ist das gut. Das ist ehrlicher Hunger. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Wir werden deswegen nicht in die Wüste gehen müssen. Was ich euch damit sagen wollte, ist, dass wenn wir einen ehrlichen Hunger haben, das heißt, wenn wir morgens frühstücken und dann keine Zwischenmahlzeit zu uns nehmen, keine Süßigkeiten essen, nichts zwischendurch essen, und wir kommen dann, wir haben um sieben Uhr gegessen oder halb sieben, wir kommen um zwölf, halb eins an, dann fängt es meistens schon an, dass wir, wenn wir halb eins essen würden, schon halb zwölf, einen ganz gesunden Hunger haben. Einen ganz natürlichen, gesunden Hunger. Und da kann ich euch garantieren, dass die Sachen, die da auf dem Teller liegen, die wir haben, die gesund sind, weil es Vollkornnudeln sind zum Beispiel, weil keine Soße oder eine leichte Tomatensoße dabei ist, keine Sahne-Fettsoße mit dabei ist, weil das Schnitzel Natur ist, keine Panate raus und weil kein Ketchup, keine Mayonnaise drauf ist, dann werden diese Dinge, zu 100% werden die schmecken, garantiert, mit 100%iger Sicherheit. Wenn ich zum Beispiel, ich esse meistens morgens um 6 Uhr, zwischen 3,25 bis 6,6 bis 10 nach 6, je nachdem, wann ich hier sein muss, esse ich. Dann habe ich zwischendurch einen Proteinshake mit ein bisschen Mantelmus drin, manchmal, je nachdem, wie intensiv meine Arbeit ist. Und dann komme ich so um 13 Uhr, 15 in der Regel zum Mittagessen. Und da steht was Gesundes. Wisst ihr, wie ich das feiere? Da ist keine Soße dabei, da ist kein Schnickschnack mit dabei, da ist Gemüse, Naturreis, Wildreis, Volkernudeln, Kartoffeln, Natur, mit meistens viel Gemüse, 100, 150, 200 Gramm Kartoffeln, 150 Gramm Nudeln gekocht, Reis bis zu 200 Gramm, je nach Tagesbedarf. Wisst ihr, wie geil das schmeckt? Da ist nichts dran, da ist Pfeffer, bisschen Salz dran, bisschen Gewürz dran, bisschen Zwiebeln dran, bisschen Lauch dran, bisschen Knoblauch dran. Das war's, mehr ist da nicht dran. Ich feiere mein Essen jeden Tag, jeden Mittag, weil es mega genial schmeckt und weil ich mit einem gesunden Hunger zum Essen komme. Weil mein Essen natürlich auch Priorität hat, weil ich weiß, wie wichtig das Essen ist, wie wichtig es ist, unseren Organismus mit den richtigen Lebensmitteln, mit den richtigen Energieträgern zu versorgen. Einmal was die Gesundheit anbetrifft und natürlich auch, was unsere Leistungsfähigkeit anbetrifft. Ehrlicher Hunger heißt Frühstücken, gesunde Frühstücksmahlzeiten. Eine ungesunde Frühstücksmahlzeit führt nicht zu einem gesunden Hunger, sondern zu einem ungesunden Hunger. Warum? Wenn ich morgens jetzt zum Beispiel ein weißes Brot esse mit dieser braunen Pampe drauf, die zu hauptsächlichem Anteil aus Zucker, aus reinem Industriezucker besteht. Wenn ich ein weißes Brot esse, was zu hauptsächlichem Anteil runtergerechnet, nichts anderes ist wie einfachen Zucker, dann habe ich natürlich um 9 Uhr Hunger und was esse ich dann? Ich werde dann was essen, was nicht besonders gesund ist, was meine Geschmacksnerven explodieren lässt, besonders süß ist oder besonders würzig, was auch immer, je nachdem, ob war es derjenige steht. Und dann kommen wir am Mittagessen an, ist es gesund und sagen, nee, 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 da habe ich keinen Bock drauf, schmeckt mir nicht. Mh, 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 mag ich nicht. Haben wir aber keine Zwischenmahlzeuge, haben ein gesundes Frühstück, kommen dann im Mittagessen an, dann schmeckt das gesunde Mittagessen locker. Warum? Weil wir Hunger haben, einen gesunden Hunger, weil wir zwischendurch unsere Geschmacksnerven nicht verwöhnt haben und zwischendurch eben einfach nichts gegessen haben. Dadurch freuen wir uns auf unser Essen und werden dann unser gesundes Essen auch entsprechend genießen und essen. Für viele, die jetzt da vielleicht am Bildschirm sitzen, am Rechner sitzen, denken, Alter, was erzählt, da ist doch völliger Bullshit. Vielleicht habt ihr es einfach mal ausprobiert. Ihr kennt das nicht. Ich kenne das von meinen Coaches. Meine Coaches am Anfang, wenn sie ein VIP-Modell haben und ich direkten Kontakt zu ihnen habe, dann kommt manchmal eine Nachricht, oh, Andreas, irgendwie schmeckt mir das Essen nicht. Kommt eine Nachricht, Andreas, wow, das Essen schmeckt mir nicht so richtig. Dann habe ich natürlich meine Motivationsmodelle, an die gesunde Zukunft zu erinnern, dass es besonders wichtig ist, in die Gesundheit zu investieren. Da werden sie wieder ein bisschen gerettet und dann schaffe ich das, dass die meisten schwierigen Coaches, nicht alle schwierig, aber die schwierigen Coaches über die ersten zwei, drei bis vier Wochen hinwegbekommen durch immer wieder neue Motivationsmodelle, die genau zu ihnen passen. Und was passiert? Sensationell. Nach ungefähr drei bis vier Wochen. Andreas, ich hätte es nie gedacht, ich esse Salat. Andreas, ich hätte es nie gedacht, ich esse Fisch. Andreas, ich hätte es nie gedacht, ich esse Tofu. Andreas, ich hätte es nie gedacht, mir schmeckt Gemüse, ich drehe am Rad. Das ist so lecker. Ich hätte nie gedacht, dass die Sachen so gut schmecken können. Und genau das ist der Punkt. Die ersten zwei, drei, vier Wochen, erstmal reinkommen, die Struktur, sich die Zeit geben, die Struktur, erstmal reinzukommen. Das Essen auch bewusst bewerten, denn wir tun ja da in dem Moment was besonders wertvolles für unsere gesunde Zukunft. Wir investieren in unseren Luxus und unseren wahren Luxus in die gesunde Zukunft. Einmal das, die Bewertung. Das nächste ist, Geduld zu haben, zu sagen, ja okay, natürlich ist am Anfang etwas anstrengend, umzustellen von ganz süßen, ganz würzigen, von Fastfood, von Cola, whatever auch immer, umzustellen auf Wasser, auf natürliche Sachen. Das ist ein Umstellungsprozess und der kostet ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld. Aber, wenn ihr das schafft und ich bin mir 100% überzeugt, dass es von 1000 Menschen 999 auf jeden Fall schaffen können, dann werdet ihr irgendwann Spaß daran finden, an dieser Art von Ernährung. Die Menschen, die es geschafft haben, die diese Hürde von drei bis vier Wochen überstanden haben, wo die Wertschätzung gegenüber dem Körper sehr hoch ist, wo das Warum extrem stark ist, für die Gesundheit was zu tun, die feiern das, die finden das geil und dann denkt man manchmal, Alter, die sind jetzt aber ganz schön krass drauf. Die fangen dann auch Prophet zu werden, fangen die anderen mitmotivieren zu wollen, weil sie es selber geil finden und viele schaffen es auch, die anderen zu motivieren. Manchmal sind die dann zu krass unterwegs und lassen nichts mehr zu, kein Alkohol, gar nichts mehr, werden extrem krass, weil sie es feiern. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen viel. Aber daran kann man erkennen, wenn man diesen Switch schafft, wenn man diese Wertschätzung hat gegenüber gesunden Ernährung, wenn man diese Wertschätzung hat gegenüber seiner eigenen Gesundheit und wenn dann diese drei, vier Wochen rum sind, die Geschmacksnerven entindustrialisiert sind, dann macht es richtig fetten Spaß. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich durch diese gesunde Ernährungsumstellung, indem man so wenig wie möglich Dinge zuführt, die nicht in Natur vorkommen, die unserem Körper nicht gut tun, also Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksversteiger, zu viel Zucker, zu schlechtes Fett, Alkohol, gesüßte Getränke, weglässt. Dann kommt langsam aber sicher eine Leistungsfähigkeit zum Tragen, die war für viele Menschen am Anfang nicht fassbar. Die haben es von anderen gehört, die bei mir schon im Coaching sagen, ja komm, jetzt übertreib mal nicht, so viel wird es nicht sein. Doch, es ist tatsächlich so, die Leistungssteigerung ist spürbar. Man ist körperlich und geistig leistungsfähiger. Ist ja auch einfach, warum? Wenn wir den Körper nicht mit irgendwelchen chemischen Stoffen zuballern, wenn wir den Körper nicht überversorgen, in dem Moment haben unsere Verdauungsorgane viel weniger Arbeit. In diesem Moment hat unser Gehirn mehr Sauerstoff. Warum? Weil die Organe nicht unseren ganzen Sauerstoff fressen und nicht unser ganzes Blut abziehen. In dem Moment haben wir auf einmal eine Leistung, wo wir sagen, Alter, was ist da los? Das ist manchmal so ein bisschen schleichend, dass es selbstverständlich ist, aber die meisten Coats zu mir kommen und sagen, Andreas, ich schlafe besser. Ich stehe morgens besser auf. Ich bin viel fitter. Ich bin den ganzen Tag viel fitter. Ich bin nicht mehr müde nach dem Essen. Ich kann im Studio, das ist unglaublich, ich hätte nicht gedacht, ich habe gedacht, jetzt kommt das große Loch, dass ich keine Power mehr habe, weil ich ja vorher viele Kohlenhydrate gegessen habe. Und man hat ja gehört, dass wenn man nicht genügend Kohlenhydrate ist, kann man nicht trainieren. Das stimmt ja gar nicht. Ich bin unglaublich fit. Ich habe eine bessere Leistungsfähigkeit, obwohl ich viel weniger Energielieferanten esse wie vorher und meine Gewichtsbelastungen sind auch besser geworden. Obwohl jeder gesagt hat, wenn ich kenne, oh, da wirst du mit wenig Gewichten trainieren können, du hast keine Power mehr, du bist völlig ausgelutscht. Das hat nur Vorteile. Es gibt nicht einen Nachteil, wenn man es richtig strukturiert. Natürlich, wenn ich diese Energiespender reduziere, kann es sein, dass man am Anfang etwas energetische Probleme hat, bis man den Körper trainiert hat, dass auch der Fettstoffwechsel aktiviert. Aber wenn dieser Stein ins Rollen kommt und dazu brauchen wir ein wenig Geduld, drei, vier, fünf Wochen, vielleicht bei manchen sechs Wochen, dann fühlt sich das Ganze wunderbar an und es hat nur Vorteile. Investment in eine gesunde Zukunft, mehr Leistungsfähigkeit, besserer Schlaf, mehr Bums. Dürft ihr jetzt euch denken, was ihr wollt dabei, wobei ihr mehr Bums habt. Es hat, es hat nur Vorteile, nicht einen Nachteil. Deswegen habt Geduld, nehmt euch die Zeit, langsam umzustrukturieren und ihr werdet sehen, dadurch, dass ihr eure Geschmacksnerven entindustrialisiert, dadurch, dass ihr diese Zeitspanne von einer zur anderen Mahlzeit bei circa vier bis fünf Stunden lässt, da ihr keine Zwischenmahlzeiten sucht, da ihr alle gesüßten Getränke mal so weit wie möglich eliminiert und auf Wasser umsteigt. Ihr werdet sehen, es kommt der Tag, wenn ihr Geduld habt, wo ihr sagt, yes, unglaublich, es hat nur Vorteile, keine Nachteile. Und genau das ist das, was ich heute mit diesem Video für euch vermitteln möchte. Geschmacksnerven entindustrialisieren. Gesunder Hunger, Zeit lassen von einer zur anderen Mahlzeit. Das Essen so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht, artgerecht heißt, dass die Dinge, die da gegessen werden, Natur auch vorkommen. Bei Packzettel angucken, oh, shit, da sind Namen drin, die kann ich gar nicht lesen, geschweige denken, dass ich sie jemals gehört habe. Das ist nichts, was daraus in Natur vorkommt in der Regel. Wenn wir das alles bedarfsgerecht noch, bedarfsgerecht bedeutet, zu überlegen, welche Energie brauche ich denn eigentlich, was arbeite ich pro? Ich arbeite den ganzen Tag sitzend, oh, ich habe gar keine große mechanische Belastung, oh, ich sollte vielleicht nicht zu viel Energielieferanten essen, die ich nicht verarbeiten kann. Wenn wir dieses ganze Paket einigermaßen berücksichtigen, dann wird der Tag kommen, wo ihr euch feiert, wo ihr in den Spiegel guckt, seht, aha, sieht wieder besser aus, ihr könnt besser schlafen, ihr könnt besser trainieren, ihr könnt besser kommunizieren, ihr trefft klügere Entscheidungen, hängt alles mit dran, warum? Weil das Ding da oben, zwischen den Ohren, das braucht Energie, und zwar einen stabilen Energiespiegel, und zwar gesunde Energie. Und umso gesünder die Energie ist, die wir die hier reinschieben, umso artgerechter die ist, umso besser funktioniert das Teil hier oben, weil das Teil hier ist artgerecht. Der ganze Körper ist eigentlich artgerecht, wenn wir ihn artgerecht behandeln. Und wenn wir das einhalten, dann darf ich euch jetzt schon zu einem gesunden, fitten und leistungsfähigen Körper gratulieren. Und mit diesem fitten, leistungsfähigen Körper macht es einen Riesenspaß, den ganzen Tag mit ihm umzugehen, laufen zu gehen, arbeiten zu gehen, kommunizieren, vorm Spiegel stehen, sich freuen, sich den ganzen Tag erfreuen. Warum? Weil wir alles das haben, was wir brauchen. So ihr Lieben, das war es jetzt mal wieder von Andreas Trienbacher, Mr. T. aus Karlsruhe, heute zum Thema Geschmacksnerven entindustrialisieren und was ist denn eigentlich ein gesunder Hunger und wie entsteht ein gesunder Hunger und ab wann macht das gesunde Essen Spaß? Wenn ihr jetzt sagt, das war gut, das war ein schönes Thema, da könnte ich noch ein bisschen tiefer reingehen. Ihr habt unten Bemerkungen. Und da könnt ihr natürlich reinschreiben, was ihr hören, was ihr sehen wollt und dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne darum und würde dann auch wieder ein Video machen. Genau zu diesem Thema. Freunde, das war es und wenn ihr sagt, Mr. T. aus Karlsruhe hat es verdient, dass er einen Daumen kriegt, dann haut mir mal einen Daumen rein am besten einen nach oben und wenn ihr sagt, ihr braucht einen Coach, der mir den Weg zeigt, wo es hingeht, dann kann ich euch nur empfehlen, unten in den Shownotes findet ihr einen Link und dann müsst ihr draufklicken und dann kommt ihr auf meine Page und dann könnt ihr euch für eine Stunde kostenfreies Gespräch bewerben. Die 60 Minuten kosten nichts. Die 60 Minuten sind dafür da, dass du mir sagst, wo ist dein Bedarf und dass ich dir sage, wie ich dir helfen kann. Und am Ende des Gesprächs kannst du sagen, Andreas, passt? Oder Andreas, nein, passt nicht. Ganz easy. Ohne irgendwelche Risiken. Freunde, das war es. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Bye, bye. Tschüss. Bye. Bye.